Ja! 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 Egal! Gute Damen und Herren, wollt ihr etwas erleben? Ja! Dann geht woanders hin! Nein! 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 Ja! Haut rein! Das bleibt schon wieder so! Ja! War das jetzt schon die extatische Form von Norderstedt? Oder geht es vielleicht auch noch ein bisschen extatisch aus? Wir haben die falsche Frage! Ja! Wir fragen vielleicht anders! Seid ihr soweit für großes Theater? Ja! Ja! Das war die falsche Frage eigentlich! Ja, natürlich! Nun mal auf! Monsieur! Wenn ihr jetzt hier was erleben wollt! Dazu muss Förder etwas installiert werden! Ja! Und dieses Etwas hängt da oben in 8,90 Meter Höhe von da nach da drüben gespannt! Könnt ihr das alles sehen? Nein! 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 Ja! Gut! Es ist groß und Gold verbrät! Man kann es öffnen und schließen! Es ist in jedem Theater vorhanden! Denn ohne dieses Ding wäre kein Theater ein Theater! Es ist eins! Vorhang! Ja! Wunderbar! Und da könnt ihr das Knitzern sehen! Hier links die Vorhanghälfte! Heute gespielt von Jean-Baptiste Gusey! Ah! Bonjour! Und Madame, Monsieur, da drüben mein Pendant! Da steht er am Glitzer im Regen! Es ist Rüben Montpellier aus Montpellier! Rüben, Monsieur, ihr könnt hier sehen!